Nun, es ging ihm nicht schlecht. Maniportierte ihn im besten Hotel, spart das ein, gab ihn alles, was ein Mensch zum Leben brauchte. Auch Tontafeln und Griffel und Papyrus, frisch aus Griechenland und aus Ägypten. Denn er war ja schließlich ein Dichter und ließ ihn in Ruhe. Er, der Theotaios, konnte offensichtlich nichts dafür, dass die Athenien solche Scherze machten. Sparta rüstete sich zum Krieg, gegen mehr Abyssinien, mit oder ohne einen athenischen Feldherrn. Nun kommt das wirklich Ulkige der Geschichte. Als Theotaios sich ein bisschen in Sparta umgesehen hatte, gefiel ihm diese Stadt. Er kannte sie vorher noch nicht. Er hatte manche Böse, manche Skurrile von ihr gehört. Aber es war eine schöne Stadt, sauber und mit Blumen geschmückt und weit dahin gestreckt. Die Hänge hinauf von Eurastal an, mit schönen Tempeln und Bildwerken geschmückt, mit Bädern und großen, komfortablen Bädern, mit Sportplätzen, mit all diesen Gemeinschaftseinrichtungen, die ganz anders als in Athen oder in jeder anderen Stadt, sonst auf der Welt, das Leben aller Menschen bequem machten. Und es gab Musik. Da hatte jeder einzelne Stadtteil seine Musiktheater. Da hatte jeder Club seinen Soldatenchor. Da hatte jedes Internat der jungen Mädchen seine Kapellen und Chöre und Tanzgruppen. Man konnte durch die Stadt gehen, wann man wollte. Und es wurde überall musiziert. Es gab das große Konservatorium, an dem Terpanda lehrte. Terpanda, der berühmte Musiker Griechenlands. Es ist der Mann, der als erster ein einheitliches Tonsystem erschaffen hat. Die Siebentonleiter mit ihren sechs Intervallen. Überall, wo Griechen wohnten und in Griechen und Griechen wohnten überall, wurden nach Terpanda musiziert. Der Terpanda ging hin, um ihn kennenzulernen. Und siehe da, er wurde von Terpanda, 26 Jahre älter als Terpanda, mit aller Herzlichkeit aufgenommen. Denn dieser Terpanda, ein großer, strenger Künstler, einer der Großen in der Musik, kannte Gedichte von Terpanda und war empört über Diotena, die mit einem Dichter nichts anderes anzufangen wussten, als ihn lächerlicherweise zum Feldherrn zu ernennen und vorzuschicken. Der Terpanda wurde von Terpanda mit wirklicher Gastfreundschaft aufgenommen. Er lernte durch ihn auch alle anderen Musiker kennen, die am Konservatorium in Sparta unterrichteten, und auch die Dichter, Bildhauer, Maler und Sänger, von denen mehr in Sparta lebten als in jeder anderen Stadt Griechenlands. Thetaios, ein in dem reichen Athen verachteter, wegen seiner Versponnenheit und seinem islamen Beines, verspotteter Dichter, der dort nie Anerkennung und Achtung errungen hatte, wurde in Sparta aufgenommen wie ein vollwertiger und ernsthafter Mensch. Da wurde er in Sparta zum großen Dichter, zum ernsthaften, vollwertigen Menschen. Er ging, weil er keinen Ausweg sah nach Sparta und glaubte, nichts anderes erwarten zu können, als das, was ihm auch in Athen sicher war, Hohn und Spott. Er fand Freunde dort, die ihn verstanden, die ihn achteten und förderten. Er hat gemahnt zum Beispiel den Dichter und Komponisten, etwa so alt wie Terpanda, der vor vielen Jahren schon als Sklave aus Kleinasien nach Sparta gekommen war. Dort wurde er freigelassen, als sich seine außerordentliche Bewerbung zeigte. Jetzt war er der berühmteste Chormeister Griechenlands. Er hatte einen Kinderchor aufgebaut, der so rein und unirdisch singen konnte, dass aus aller Welt die Menschen nach Sparta kam, ihn zu hören. Allgemein hätte ich die Liebeslieder so tief empfunden, so einfach, bäuerlich und stimmungsvoll, dass viele Menschen erst, wenn sie diese Gedichte kennengelernt, verständlich wurde, wie es die Götter mit der Liebe wohl gemeint haben mochten. Tietarios gefiel es in Sparta. Er wurde Spartaner. Wenn er schon dort war, niemand vom Herr kümmerte sich um ihn, obwohl er doch noch dem Orakel von Delphi dazu bestimmt war, den Krieg gegen Messinien gewinnen zu helfen, dann konnte er auch für die Spartaner Lieder machen. Er schrieb Soldatenlieder. Alkman und Terpanda halfen ihm, diese Lieder zu vertonen. Tietarios schuf die schönsten Soldatenlieder, die in Sparta je gesungen wurden. Seine Lieder wurden Schlager, wurden Erfolge. Der Kinderchor sang des Freundes Alkman führte sie auf. Eine Woche später schon wurden sie von allen Soldaten gesungen. In allen Clubs und in allen Schulen. Es waren Lieder von der Treue zum Vaterland, lustige Lieder, traurige Lieder, von der Schönheit des Soldatenlebens und von der Traurigkeit des frühen Todes. Es waren Lieder von der Notwendigkeit, sich an die Gesetze des Staates und des Lebens zu halten. Und es waren Lieder von der Liebe zum Vaterland, der die Liebe zu den Mädchen vergessen lässt. Alle diese Lieder hatten jene sentimentalen Tonen vermischt mit der Bekenntnis zu den Freunden des Lebens, der allen Menschen, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, Trost ist. Und der sie oft am Nachdenken darüber hindert, ob sie ihr Leben wirklich für eine gute, gerechte Sache einsetzten. Jeterios war kaum sechs Monate in Sparta, da war er der populärste Dichter des Landes. Und da sagten kluge Leute, dass Delphi recht hätte mit seinem Orakel, dass eine örtinische Feldherr Sparta retten werde. Aristomenes, dem messinische Feldherr, fügte den Spartanern harte Verluste zu. Die Messinier zogen sich von der fruchtbaren Ebene in die Berge zurück und entwickelten eine Art Partisan-Krieg, bei dem die Stärke des spartanischen Heeres, ihre Verlangs, unwirksam blieb. Messinien war ein Land mit vielen Bergfestungen. Jeder zweite Berg war zu einer Festung ausgebaut, die für die schwerbewaffneten Hobliden unannehmbar schien. Der Krieg dauerte 19 Jahre. Einmal hatten die Spartaner den Helden Aristometes gefangen, aber er entkam ihn wieder. Als altes Land, seit vielen Jahren unbestellt, nur noch eine Wüste schien und als es den Anschein hatte, als würden beide Völker, die Spartaner wie die Messinier, an diesen endlosen Gemetzel verbluten, boten die Spartaner, die Aristometes und alle Messinier, den begleiteten freien Abzug aus ihren Befestigungen an. Aristomenes, dem die Priester weisagten, dass die Götter ein freies Messinier nicht wollten, gingen auf dieses Angebot ein. Er verließ mit allen vornehmen Familien, mit Frauenkreisen und Kindern, seine Heimat. Viele blieben in Elis, Akkadien oder Argos. Viele gingen nach Sizilien oder auf die Inseln der Ägäis. Viele gingen nach Afrika oder Kleiner Asien. Aber die Kaufleute und Bauern blieben und wurden wieder Spartanische Sklaven. 160 Jahre lang war Frieden in Messinien. Dann kam es noch einmal zu einem Sklavenaufstand gegen Sparta, der Dritte Messinische Krieg. Er dauerte sechs Jahre und wieder behielt Sparta die Oberhand. Sparta war ein Staat, in dem Menschen große Erfindungskabel darauf verwandten, Verhältnisse zu schaffen, die von Dauer sind. Aber sie schufen ungerechte Verhältnisse, die die Herrschaft der Spartiaten über die große Mehrheit der Heloten sichern und ihnen gestatten sollten, immer mehr freie Griechen zu versklaven. Deshalb war Sparta, auch wenn es uns einzelne Formen des gemeinschaftlichen Lebens des Spartiaten nicht unsympathisch erscheinen, ein reaktionärer Staat. Und wir werden noch sehen, dass Sparta immer die konservativen, fortschriftsfeindlichen und antidemokratischen Kräfte in den Auseinandersetzungen zwischen den griechischen Staaten unterstützte.